Musik In diesem Jahr haben wir schon das 13. Mal unseren Club Sommerlauf und wir haben verschiedene Läufe und zwar fangen wir immer mit dem Kita-Lauf an. Das sind also alle, die unter 6 Jahren sind, alle Kinder nicht zur Schule gehen. Danach haben wir einen Kinder- und Familien-Schnupperlauf. Hier wollten wir, dass die Eltern mit ihren Kindern mal so eine Aktion zusammen haben und ein Erfolgserlebnis haben. Und dann sind die Hauptläufe einmal über 4,8 Kilometer und einmal über 7 Kilometer. Und wir präminieren natürlich auch ganz viele Läufe. In unserer Töpferwerkstatt haben wir Medaillen gemacht, so wie jedes Jahr. Die kommen immer sehr gut an bei unseren Läufern. Und alle Teilnehmer bekommen eine solche Erinnerungsmedaille und Teilnehmer-Uhrkunde. Und dann gibt es natürlich Pokale. Pokale für den besten Jugendlichen, für den besten Schüler, für den besten Starnsdorfer. jeweils nach 7 Kilometer und 4,8 Kilometer. Und ihm folgt ein Junge mit der Startnummer 28. Und dann gibt es noch einen Applaus. Gefolgt von der Startnummer 56. Der hat 4,8 Kilometer. Okay. Und jetzt... Die wird er nicht mehr verhoben, sondern mit bei der Richtigkeit. Also geht es immer wieder hin. Die eine Auslösung. Untertitelung des ZDF für funk, 2017